Und das ist das junge Gesicht von Matti Hautameki. Das macht Hannu Lepistu, der finnische Trainer, ganz geschickt, wie er die Jungen heranführt. Im Schatten von Soeninen und Aonen und na, ein blitzsauberer Flug war das schon. Bei über 120 Metern kann man von Flug sprechen, da ist Hannu Lepistu mit dem Walkie Talkie. Das ist der neue Spitzenreiter und selbstredend auch der neue Schatzenrekord. Matti Hautameki mit 123 Metern und einem wirklich sehr, sehr schönen Sprung. Die Anlauflänge ist so gut und es ist kalt genug.